Da ich ja jüngst erst ein Video zu den Indizes gemacht habe, macht es wahrscheinlich wenig Sinn, wenige Stunden jetzt, nachdem ich das letzte Video hatte, jetzt ein richtiges Update dazu zu machen. Was aber spannend ist, natürlich auch in dem geopolitischen Umfeld und der Kriegssituationen, sind die Energiepreise, allen voran natürlich Erdöl und Erdgas. Deshalb wollen wir uns diese beiden Titel mal angucken. Hier zuerst CL, das ist das Future-Kürzel für den amerikanischen Ölmarkt. Es gibt noch QM, das ist quasi der Minikontrakt, aber viele nutzen das Ganze unter WTI, Western Texas Intermediate. Also insofern ein amerikanisches Öl, was wir uns jetzt hier angucken, nicht brennt. Das wäre jetzt das europäische, das müsstet ihr euch gesondert nochmal angucken. Vielleicht ähnlich vom Verlauf, aber zumindest die Preise sind abweichend. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, wie sieht es aktuell aus? Und wenn wir uns die Bewegung jetzt nach dem Wochenende insbesondere angucken, das ist insofern eigentlich nicht so schlecht, vor allem vielleicht noch kurz vor dem Wochenende. Ich möchte auf den 15-Minuten-Chart ganz kurz, guckt mal hier drauf, okay, hier an dem Widerstand, da sind wir runtergekommen. Wir gucken uns das jetzt mal in diesem 15-Minuten-Chart an. Und damit ihr es leichter habt, machen wir das mal groß. Die letzte Abwärtsbewegung von dieser 100er-Marke, ich hatte irgendwann mal gesagt, ja bei 100, ihr habt es eben gerade oben rechts gesehen, notfalls nochmal zurückspulen, da ist ein gewisser Widerstand im Markt. Nicht zwingend, dass der Markt da dreht, aber viele Marktteilnehmer entscheiden sich gerne an dieser Stelle, um auf die Short-Seite vielleicht mal zu wechseln oder zumindest die Longs nicht mehr reinzunehmen. Und das hat da ja einigermaßen gut funktioniert. Und dann ging es abwärts. Und diese Abwärtsbewegung ist, man ahnt es, dreiwellig. Und dreiwellig ist ganz klar nicht die Haupttrendrichtung, sondern ist korrektiv. Das heißt, streng genommen könnte man sagen, naja, wenn wir diese Dreiwelligkeit wirklich manifestieren, dann machen wir es mal ein bisschen zurück in der Zeit. An der Stelle wissen wir doch noch nicht genau, ob es dreiwellig wird. Kann doch auch noch irgendwie sowas um Kilometer nach unten gehen. Ja, aber sobald wir diese Marke hier überstoßen, überschreiten hier, das ist vor dem Wochenende hier das Zwischenhoch, das Plateau um die 95,60 in etwa. Wenn wir da durchgehen, ja dann ist das offensichtlich dreiwellig und damit korrektiv und damit Gegentrend. Jetzt haben wir nach dem Wochenende mit dem Gap nach oben aufgemacht. Und wir wissen, Gaps sind die schnellste Form einer Bewegung. Also schneller, schöner kann man einen Schub nicht darstellen. Also dynamisch hoch, wackelig runter müsste die Ansage sein, um uns dann tatsächlich auch auf diesem Bild hier nach Long zu orientieren. Das heißt, das hier war schon mal so eine erste Long-Orientierung. Wenn wir jetzt hier wackelig runter kämen, wäre das die zweite, die nächste Long-Orientierung. Und jetzt gucken wir mal, was wir stattdessen gekriegt haben. Und da würde ich sagen, also das ist, also schöner kann man wackelig nicht faken, sagen wir mal, wie der Markt das aktuell gerade macht. Das heißt, Öl bietet eine sehr schöne Chance für Schub hoch, wackelig runter und dementsprechend für eine Fortsetzung nochmal nach oben. Und im Zuge dessen, wir wissen ja immer, das ist häufig ähnlich groß wie das, was wir da vorne haben, dann die Fortsetzung nochmal, die uns dann auch tatsächlich über diese Marke hier bringt. Und ich sage mal, mindestens dann in etwa, je nachdem, ob der Trigger jetzt sofort erreicht wird oder eben später Richtung 103 hier bringt. Aber irgendwo so in diese Richtung, das halte ich für realistisch. Vielleicht wird es deutlich mehr noch als das. Aber das wäre mal zumindest so dieses klassische Bild, was wir ja eigentlich ganz gerne erwarten können. Also bullish aktuell das Bild bei Rohöl. Und die Marktteilnehmer, viele sagen, hätte ich jetzt keinen Chart für gebraucht. Ich weiß, dass es bullish ist. Vielleicht der kleine Hinweis dazu. Die Märkte reagieren natürlich auf Nachrichten und insbesondere auch das, was wir jetzt gerade natürlich aus der Politik und der Auseinandersetzung in der Ukraine eben erfahren. Aber die Frage ist ja auch, wie nehmen es die Marktteilnehmer auf? Fassen die das wirklich so auf oder so oder so auf? Und das ist das, was wir im Chart sehen. Also sprich nicht die Meinung Einzelner, denn die spielt für uns Chart-Techniker keine Rolle, sondern die Masse der Marktteilnehmer, die hier die Entscheidung fällt. Und die ganz klar sagt, bei diesem Verlaufsverhalten, das, was die Marktteilnehmer im Moment nach oben sehen, das ist das mit der Haupttrendrichtung. Das, was nach unten ist, ist die Gegentrendrichtung. Das heißt, wann immer der Markt wieder mal vielleicht eine positivere Nachricht kriegt, müssen wir mit einem Schub nach oben rechnen. Das wäre zumindest mal sehr viel realistischer. Sicher ist es natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeiten sind dann klar auf unserer Seite. Wie sieht es bei Erdgas aus? Witzigerweise gar nicht so, denn wir sehen, dass Erdgas aktuell auf dem Weg nach unten ist. Also ihr seht daran, dass das nicht so eindeutig immer ist, welche Richtung der Markt einschlägt. Jetzt könnte man sagen, das ist doch wieder irgendwie beeinflusst von diesem oder jenem Ereignis. Ja, das mag alles sein. Die Marktteilnehmer, aber um die Quintessenz rauszuholen, die sind nicht der Meinung, dass man jetzt kaufen, kaufen, kaufen muss. Das heißt, der Preis geht nicht nach oben, sondern die sagen, eigentlich ist der Preis mir ein bisschen zu hoch. Lassen wir den mal ein bisschen runterkommen. Das heißt, Käufe stehen hinten an und Verkäufe sind wahrscheinlich etwas vorrangiger. Und deshalb der Marktpreis aktuell auf der fallenden Seite. Sollte man sich da jetzt mit aufspringen hier auf die Geschichte? So richtig glücklich bin ich mit der Bewegung nicht. So ganz grob könnte man vielleicht sagen, ist das eine schnelle Bewegung? Ist das jetzt hier so die Gegenbewegung? Ist das jetzt hier die Fortsetzung nach unten? Ja, aber das fängt schon damit irgendwie an, dass das hier vorne, ist das wirklich fünfwellig? Ist das hier steigende Tiefs, steigende Hochs oder eben doch nicht mehr? Also vorrangig würde ich die Abwärtsseite hier nochmal bevorzugen. Und ich würde mich dabei nicht wundern, wenn wir das Bild, was wir hier vorne haben, ich mache es nochmal groß für euch zum leichter Erkennen, wenn wir das Bild, was wir vorne haben, hier hinten nochmal bekämen, das würde uns, wenn dem wirklich so wäre, hier nochmal Richtung 4, 12, ungefähr 4, 15, irgendwie so in diese Richtung da bringen, wundern würde mich das ehrlich gesagt nicht. Und wer jetzt sagt, das kann doch nicht sein, dass der Markt nach unten geht, während der andere nach oben geht, naja, schaut euch den Verlauf hier vorher an, dann seht ihr, dass da überhaupt gar kein großer Bezug da ist zwischen den Erdöl- und Erdgaspreisen. Also, dass sie durchaus sehr, sehr unterschiedlich hier sich verhalten. Also, ihr seht zusammengefasst, Erdgas eher aktuell auf der Abwärtsseite und Erdöl eher auf der Aufwärtsseite. Das kann sich hier beim Erdgas später nochmal ändern. Lass den Kerl mal hier ein bisschen runterfallen und dann kann man immer noch sagen, ob das nicht vielleicht sowas nochmal wird. Allerdings ist diese Korrektur insofern doof. Es ist wohl eine Korrektur in dieser Phase, das glaube ich schon, dass man das erahnt hier, aufgrund dieser Wackeligkeiten hin oder her. Das Problem ist nur, welche vernünftigen Trigger kriegen wir. Wahrscheinlich müssen wir dann auf das kleinere Bild später wieder aufspringen, um da uns eben einzumischen. Soweit mal die Einschätzung zu den Energiemärkten. Euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und viel Erfolg.